Willkommen zum Zürich Info. 300'000 Katzen in der Schweiz sind herrenlos, 100'000 im Jahr werden umgebracht. Gegen das Katzenelände kämpfen die Tierschützer schon seit Jahren. Jetzt konnten 100'000 Unterschriften gesammelt werden. Die Tierschützer fordern in einer Petition, dass Katzen, die rauskommen, kastriert werden müssen. Die Kastrationspflicht kommt nicht bei allen gut an. Im folgenden Bericht hat es Bilder, die nichts für zartige Mütter sind. Lilia Muczybabic. Katzenelände gibt es nicht nur im Ausland, Katzenelände gibt es auch in der Schweiz. Tester Geyser vom Network for Animal Protection ist praktisch täglich damit konfrontiert. Diese Katzen befinden sich überall. Wir mussten gerade Katzen in den Keller, in den Garagen, wo niemanden gehört hat. Morgen sind wir auf einem Hof mit 20 Katzen. Also wir sind wirklich Tag und Nacht im Einsatz. Und wir können das gar nicht mehr alles bewältigen, wenn da nicht jetzt etwas ändert. Katzen, die frei rumlaufen, können sich unkontrolliert vermehren. Die Tierschützerin rechnet mit etwa 300'000 herrenlosen Büsis. In etwa 100'000 Fällen jährlich ist der Büsinachwuchs unerwünscht. Die Erfahrung macht auch Astrid Becker vom Aargauer Tierschutzverein. Wir sind auch schon an Fälle gegangen, wo sie gesagt haben, wenn ihr die nicht mitnehmen, dann machen wir es einfach kaputt. Aber kastrieren tun wir nicht. Wir wollen das Geld nicht ausgeben. Es gibt das Einschläfen, es gibt aber auch das Ertränken, das Erschliessen, das Erschiessen. Es gab schon einen Fall, wo es in Gefrierer gesteckt worden sind, mit einem Hammer erschlafen worden sind. Mit einer Petition möchte Esther Geisser dem Wildwuchs und seinen Folgen einen Riegel schieben. Zusammen mit rund 150 Tierschutzorganisationen fordern sie eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. Über 100'000 Unterschriften sind zusammengekommen. Darunter sind auch prominente Unterstützer wie Doris Fiala oder Dani Ljosic. Der FDP-Nationalrat Matthias Jäuslin erklärt, wieso er dafür ist. Ich finde eine Kastrationspflicht für Katzen notwendig. Man muss auch sehen, dass wir relativ viele steuernde Katzen haben in der ganzen Schweiz. Und ich denke, mit dieser Massnahme kann man dann vorbeugen und die Population auch einigermassen in den Griff kriegen. Er haltet von einer Kastrationspflicht überhaupt nichts. Der Busyhalter und Aargauer Bauernverbandspräsident Alois Huber. Ich appelliere mehr an die Vernunft von diesen Tierhaltern, als sie das eben selber machen. Aber gegen eine Pflicht bin ich total dagegen. Nein, eine Pflicht bringt eigentlich nichts und gibt nur Ruhe und macht noch die Leute verrückt. Schon heute steht in der Tierschutzverordnung, dass Busyhalter alles Zumutbare machen sollen, dass sich Katzen nicht übermässig vermehren. Für diese Geisser ist klar, dieser Artikel muss verschärft werden. Wenn es keine Pflicht gibt, dann wird sich nichts ändern. Der Schweizer ist sehr gesetzesgeträumt. Wir gehen davon aus, dass sich rund 80% an so eine Bestimmung halten würden. Die Sammelfrist läuft noch bis Ende März. Dann liegt er bald bei den Politikern.